Und Höhe, Tiefe. Das funktioniert alles. Verzähl dich nicht. Machen wir es wie gestern, ne? Höhe. Höhe geben. Ja, ich gebe Gas und du zählst für dich. Bis zwei. Aber Höhe bitte. Ja, ich habe voll gezogen. Alles gut? Okay. Lachen wir nochmal durch. Das sieht gut aus. Lass mal laufen. Wunderbar. Hast du gesehen, der Sauhund wollte... Wollte nochmal rechnen. Dreckig. 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 Säuge, Dreckig. Also wenn man hart abfängt, dann bricht er ein bisschen ein. Ja, siehste. Also es stimmt, sobald du ihn noch aus der Ruhe bringst, will er sofort wie so ein Hummel weg. Aber er stabilisiert sich selbst. Nee, er will da hinten weg von der Trimmung. Den brauchst du nicht trimmen, weil das macht ja alles, das bohrt. Schöne Hummel. Diesen Stand machst du gleich. Da kam gerade eine Entenfeder runter, hast du irgendwas getroffen? Weiß ich nicht. Oder aufgewirbelt. Ja, das geht ja. Ja, das geht ja. Und jetzt haben wir noch so viel Energie, das da? Ja, ja, ja. Voll Höhe ziehen. Wenn es dämmriger wird.